Zum Untergang der altfriesischen Sprache Das Standardwerk von Frederik Bodmer, Die Sprachen der Welt, Geschichte, Grammatik, Wortschatz in vergleichender Darstellung, kennt die Sprache Altfriesisch nicht. Lediglich unter Friesisch gibt es im Register drei Seitenhinweise, die zu insgesamt zehn Zeilen über Friesisch führen, womit wahrscheinlich Altfriesisch gemeint ist. Demgegenüber nimmt Tede Viarda in seinem Buch »Asega-Buch, ein altfriesisches Gesetzbuch der Rüstringer« aus dem Jahre 1805, 367 Seiten, ausführlich Stellung zur Geschichte des Altfriesischen und dem endgültigen Untergang dieser uralten europäischen Sprache zwischen 1100 und 1300 nach der Zeitrechnung. Im Nachfolgenden ist es uns eine Ehre, dem geneigten Leser einige Textpassagen aus der Vorrede Tede Viardas aus dem Jahre 1805 vorzutragen. Zitat So behaupte ich keineswegs, dass der Friese bei Anfang der Kreuzzüge noch gerade so sollte gesprochen haben, wie seine Vorfahren bei dem Eintritt der christlichen Zeitrechnung. Nur glaube ich, dass die alte friesische Sprache bis zu den Kreuzzügen und noch späterhin wenigere Umwandlung gelitten habe als die anderen deutschen Mundarten und dass sie am längsten der Ursprache treu geblieben sei. Paragraph 3 Finden wir nun in friesischen Urkunden dieselben Wörter vor, die wir in den angelsächsischen Urkunden antreffen, so werden wir uns auch davon überzeugen, dass die friesische und angelsächsische Sprache eine und dieselbe Hauptmundart der germanischen Sprache gewesen sei. Die ältesten angelsächsischen Gesetze mögen hier zur Probe dienen. Redete und schrieb nun noch der Friese während der Kreuzzüge und noch eine geraume Zeit danach, fast so wie der Angelsachse zu der Zeit des Königs Ethelbert im 6. Jahrhundert, so folgere ich daraus, dass die friesische Sprache sich bis dahin unvermischt erhalten und nicht weit sich von der Urquelle entfernt habe. Paragraph 4 Waren nun die altfriesische und angelsächsische Sprache zwei nicht sehr voneinander abweichende Mundarten einer und derselben Sprache und ließ sich noch viele Jahrhunderte hindurch ihre vollbürtige Geschwisterschaft auf den ersten Blick erkennen, so muss notwendig die angelsächsische Sprache bei ihrer ersten Verpflanzung, also schon in dem 5. Jahrhundert, eine alte und fest gegründete Sprache gewesen sein, weil sie sich, ihrer Verpflanzung ungeachtet, so lange gehalten hat und der auf dem vaterländischen Boden zurückgebliebenen altfriesischen Sprache so sehr ähnlich geblieben ist. Hieraus lässt sich auf das hohe, sich ganz in der Vorzeit verlierende, alter beider so nahe verwandten Mundarten schließen. Diese so nahe Verwandtschaft weiset uns auf eine gemeinschaftliche Stammmutter hin, aus welcher beide schon unmittelbar oder in dem ersten Grade entsprossen sind. Wenn nun, wie aus der Vergleichung der angelsächsischen Sprache mit der friesischen hervorgeht, jene so wenig durch ihre Verpflanzung als durch die Vermischung der ausgewanderten Völker gelitten hat, so muss die Stammmutter dieser beiden Mundarten die gemeinschaftliche Volkssprache aller dieser nach England gezogenen Völker, der Friesen, Jüten, Angeln und Sachsen, gewesen sein. Hieraus folgere ich, dass das vormalige Gebiet dieser Stammsprache, gleich viel, ob wir die Zimbrische oder Alte Niederdeutsche oder Altsächsische oder Altfriesische nennen wollen, sich über den ganzen Nordstrich, den die ausgewanderten Völker bewohnt haben, also von Jütland, Schleswig und Holstein oder dem damaligen Sitze der Jüten, Angeln und Sachsen an, bis nach den friesischen Grenzen oder bis Flandern hin, erstrecket habe. War nun aber östlich gerade Holstein die Grenze dieser Sprache? Wie weit dehnte sich ihre Herrschaft südlich in Westfalen und Sachsen aus? Dies sind Fragen, die sich bei dem Abgange der Urkunden wohl aufwerfen, aber nicht beantworten lassen. § 5 Endlich hat auch die angelsächsische und altfriesische Sprache das Schicksal aller anderen Sprachen getroffen. Jene erhielt sich rein in einem Zeitraum von 300 Jahren, wurde dann durch die römische Invasion erschüttert, artete allmählich in die dänisch-sächsische Sprache aus und starb in dem 11. Jahrhundert eines gewaltsamen Todes, als Wilhelm der Eroberer sie aus dem Zirkel seines Hofes, aus den Kirchen, Schulen und den Gerichten verbannte und dagegen die normannisch-französische Sprache wieder eintreten ließ. Die Vermischung dieser eingeführten neuen Sprache mit den Trümmern der Angel- und Dänisch-Sächsischen brachte die jetzige englische Sprache hervor. Dagegen erlosch die frisische Sprache allmählich, früher an der Elbe, später zwischen dem Vli und der Weser. Der Handel und der Umgang mit den südlichen Deutschen, die Versetzung der Sachsen nach Franken und die Einwanderung der Slaven und Wänden mögen die vorzüglichsten Veranlassungen dazu gegeben haben. Am längsten hat sie sich von der Weser bis zur Südersee erhalten. Hier blühte sie noch rein bis zu den Kreuzzügen, worin die Friesen vom 11. bis zum 13. Jahrhundert sich so sehr auszeichneten. Die zurückkehrenden Kreuzbrüder brachten neue, durch den Umgang mit fremden Kreuzbrüdern erlernte Wörter, Redensarten und Wendungen zurück und setzten ihre, bisher dem vaterländischen Boden fest anklebenden Landesleute, in Verkehr mit den Nachbarn. So hatten diese Kreuzzüge einen merklichen Einfluss auf die alte Muttersprache. Zwei ebenfalls unter sich verwandte und schon mehr ausgebildete deutsche Mundarten, die niedersächsische oder plattdeutsche und die der friesischen Sprache besonders in älteren Zeiten mehr ähnliche flämische oder holländische Sprache blühten rund um Friesland herum. An der einen Seite jenseits der Ems verlor sich die friesische Sprache in die holländische, an der anderen Seite diesseits der Ems löste sie sich in die plattdeutsche Sprache auf. Die eigentlichen Stufen der Abnahme der friesischen Sprache lassen sich zwar schwerlich angeben. Indessen kann man doch nach einer sorgfältigen Vergleichung der in altfriesischer Sprache aufgesetzten Urkunden sicher annehmen, dass sie schon in dem Anfange des 13. Jahrhunderts nicht mehr ganz rein geredet wurden. Die alten Buß- und Brüchtaxen sind aus der ersten Quelle geschöpft. Daher trifft man in ihnen die älteste friesische Sprache an, soweit wir sie kennen. Nicht so körnigt mehr und schon geschmeidiger ist die Sprache in den Hun-Singoa-Staturen von 1252. In der Berechnung der Geldspezien von Ostergo und Westergo von 1276 sind schon die belgischen oder holländischen Spuren auffallend sichtbar. Die emsiger Domen von 1312, noch mehr die friesischen Willküren von Ubst als Boom von 1323, sind mit holländischen und plattdeutschen Wörtern vermengt. Ungefähr hundert Jahre später war die altfriesische Sprache schon so verwässert, dass sie sich kaum mehr kenntlich blieb. Der Traktat von den Siebenseelanden, worin des kurz vorher 1417 verstorbenen Keno-Tenbrock erwähnt wird, bestätigt dies. In dem Ausgange des letzten Jahrhunderts lag sie in ihren letzten Zügen. So lautet der Huldigungseid, den die westerlauischen Friesen dem Kaiser Maximilian 1494 leisteten. Siehe Abbildung, das kann ich nicht vorlesen. Das kann ja jeder mal selbst versuchen zu lesen, nur so zum Spaß. Wer vermag in dieser Eidesformel noch die friesche Sprache zu erkennen? Bloß der Schatten ihrer Mahnen ruht auf einigen einzelnen Wörtern, als Lovut, Helgen, Riochta, Hera, Ober, Stüeren, Beleten. Und auch diese sind zugleich nach einer wenig veränderten Aussprache holländischen und niedersächsischen Geschlechts. Man kannte nachher die altfriesische Sprache so wenig, dass Emmius, selbst ein geborener Friese, dieser fleißige und gelehrte Forscher der vaterländischen Altertümer, ein Mann, der bereits 1547 geboren war, dennoch die Sprache, worin diese Eidesformel erst 50 Jahre vor ihm abgefasst war, für die altfriesische gehalten und sie eben wegen dieser Sprache abdrucken lassen. Wenn so ein Mann so wenig mit seiner alten Landessprache bekannt gewesen, so liegt schon darin der Beweis, dass die altfriesische Sprache lange vor seiner Zeit, also vor dem Anfang des 16. Jahrhunderts, völlig müsse ausgestorben gewesen sein. Zitat Ende. Da es hinsichtlich der Frage, welcher eventuelle Fälscher denn in der Mitte des 19. Jahrhunderts überhaupt in der Lage gewesen sein könnte, die OLH in dem überallten altfriesisch, also ingewonisch, zu verfassen, sollen noch Auszüge der Paragrafen 6 und 7 von W.A. da das Vorrede aus dem Jahr 1805 zitiert werden, weil sie Klarheit darüber geben, dass es schon damals, über 60 Jahre vor der Veröffentlichung der OERA-Linde-Handschriften durch Othema, überhaupt keine echte und reine altfriesische Sprache mehr gab, auch nicht dort, wo es vermeintlich noch angenommen wurde. Zitat, Paragraf 6. Keine Sprache, keine Mundart stirbt indessen so ganz aus, dass nicht noch einige Reliquien von ihr in der Gegend, worin sie vormals die Volkssprache war, übrig bleiben sollten. Wenn daher von Wicht anführt, dass noch zu seiner Zeit, also vor 50 Jahren, Hinweis also 1755, einige einzelne Familien in den östlichen Dörfern bei Aurich die altfriesische Sprache nicht ganz vergessen hätten, sie in dem Lande Wursten noch einigermaßen bekannt wäre und in dem Niederstifte Münster, besonders im Sater- oder Salgolder Lande noch geredet würde, so hat er bestimmter damit sagen wollen oder doch sagen sollen, dass damals noch Spuren von dieser ausgestorbenen Sprache in einigen hin- und wiedererhaltenen Wörtern vorhanden gewesen. Diesseits der Ems scheint die altfriesische Sprache am längsten in dem isolierten Saterlande und dann auf den von dem festen Lande getrennten Inseln erhalten zu haben. Allein jetzt ist sie auch auf den Inseln und im Saterlande völlig erloschen. Indessen trifft man noch ein schwaches Fortleben dieser Sprache in der Provinz Friesland, und zwar besonders in der Gegend von Hindelopen und Mulquerum an. Man nennt die dortige gemeine Volkssprache das Land- oder Bauernfriesische. Sie ist ein besonderer Dialekt, der sich aus der Vermischung der altfriesischen und belgischen Sprache gebildet hat. Sie weicht indessen so sehr von den beiden Sprachen ab, dass ein geborener Holländer, wenn er auch gleich der altfriesischen Sprache kundig sein mag, sie schwerlich verstehen wird. So wenig man aber die spanische, französische und italienische Sprache, die lateinische oder die englische, dänische oder schwedische Sprache, die deutsche nennen kann, ebenso wenig kann man dieses Landfriesisch für Altfriesisch halten. Aber auch dieses Landfriesisch ist jetzt schon so sehr verwässert, dass auch dieser Mundart ihr völliger Untergang bald bevorstehen mag. Dies ist das Los aller vorigen, jetzigen und künftigen Sprachen. § 7 Wenn nun gleich die altfriesische Sprache alle ihre gleichzeitige und ebenbürtige Schwestern überlebt hat, so hat sie doch das sonderbare Missgeschick getroffen, dass sie auch unseren besten deutschen Philologen unbekannt geblieben ist. Bis zu der Zeit, da Adelung 1774 sein unschätzbares Wörterbuch herausgab und Fuldas Abstammung germanischer Wurzelwörter 1776 erschienen, waren, außer dem so raren und auch damals noch nicht übersetzten altfriesischen Landrechte, bloß einige gedruckte Urkunden in den ebenfalls seltenen Werken von Schotanus, Vincemus, Gabema und von Schwarzenberg vorhanden. Aber auch fast alle diese Urkunden sind aus dem Zeitalter, wo die friesische Sprache beinahe völlig erschlaffet war und keiner dieser Urkunden ist an Übersetzung beigefügt. Bloß die in den Anmerkungen zu dem ostfriesischen Landrechte angeführten Stellen und die gelehrte Vorrede des Herausgebers konnten dem Sprachforscher einige Kenntnis von dieser Sprache verleihen. Allein dieses Landrecht scheint mehr in die Hände der Rechtsgelehrten als der Sprachforscher gekommen zu sein. Daher hat die altfriesische Sprache so lange unbekannt bleiben müssen. Nachher aber sind in den Niederlanden 1778 das Hunsingoer Landrecht, 1782 die Ode-Friesche-Wetten und 1786 das altfriesische Wörterbuch erschienen. Kinderling ist, nach von Wicht, hierauf unter den deutschen Sprachforschern der Erste gewesen, der in seiner 1800 herausgegebenen vortrefflichen Geschichte der niedersächsischen Sprache die altfriesische Sprache zu würdigen angefangen hat. Zitat Ende. An dieser Stelle ein kurzer Hinweis von mir, dem Vorleser, und zwar nachträglich die folgende Fußnote. Als eben zuvor im Text von Viada, der Herr Viada schreibt, daher trifft man in ihnen die älteste frisische Sprache an, soweit wir sie kennen. Dazu hat Ham Mankens in der Fußnote Folgendes hinzugefügt. Es sei an dieser Stelle einmal besonders betont, dass die hier ausführlich zitierten Ausführungen Viadas aus seinem 1805 gedruckten Assega-Buch stammen und Viada zu diesem Zeitpunkt keine Ahnung von den 67 Jahre später von Ottema herausgebrachten Uralinder-Handschriften haben konnte. Und noch Fußnote 5, die bezieht sich auf die eben erfolgte Erwähnung von Fuldas 1776 erschienenem Buch Abstammung germanischer Wurzelwörter. Dazu schreibt Ham Mankens als Ergänzung, dass der Herr Viada in einer äußerst ausführlichen Fußnote zeigt, dass dieser Herr Fulda Zitat nicht die mindeste Kenntnis von der altfriesischen Sprache gehabt habe. Und als letztes noch die Fußnote 6. Dieses altfriesische Wörterbuch von 1786 hatte Viada selbst verfasst und in einer ausführlichen Fußnote darauf hingewiesen, dass ihm bei der Erstellung dieses Wörterbuches Zitat verschiedene irrige Ableitung und sehr viele Missgriffe bei der Erklärung der Wörter unterlaufen sind. Und daher weist Viada ausdrücklich darauf hin, dass er in seinem Assega-Buch Zitat sehr oft von dem Wörterbuche abgegangen ist. Nun weiter im Text mit Ham Mankens. Soweit also die Auszüge aus Tede Viadas Vorrede in seinem Assega-Buch von 1805. Sie zeigen in hervorragender Weise, dass die altfriesische Sprache, die sich selbst zuvor allmählich aus dem noch älteren Ingewonischen entwickelt hatte, schon ca. 70 Jahre vor der Veröffentlichung der Uralinder-Handschriften durch Ottema völlig ausgestorben war. Wer wollte unter diesen Gegebenheiten um das Jahr 1860 herum noch einen Fälscher finden, der das Altfriesische ebenso beherrschte wie das Ingewonische. Diese Sprache war schon 100 Jahre später so aus dem Gedächtnis der Wissenschaftler verschwunden, dass Friederik Bottmar 1955 in seinem umfangreichen Standardwerk Die Sprachen der Welt die altfriesische Sprache kein einziges Mal erwähnt, obwohl es gerade der Ingewionismus war, der die deutsche Sprache maßgeblich beeinflusst hatte.